Mit diesem Empfang möchte der Senat die Arbeit dieser besonderen Hamburger Institution würdigen. Das Spendenparlament steht beispielhaft für die starke Hamburger Zivilgesellschaft. Mit dem Hamburger Spendenparlament ist es ihnen gelungen, eine besondere Kultur des Spendens und der Projektförderung in Hamburg zu verankern. Das Spendenparlament vereint die hanseatische Tradition bürgerschaftlichen Engagements mit einem modernen Ansatz der Beteiligung. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit und Ihr Engagement, die eine große Bereicherung für die Zivilgesellschaft unserer Stadt sind.